Jo man, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Bleibt gesund und tritt und pass auf. Nun ja, habe ich letztens bei Makia diesen Bluetooth-Lautsprecher gesehen. Es gibt den großen wie im Video hier und einen kleineren. Der kleinere ist mit Akku und der große ohne, also rein Netzbetrieb. Es gibt die Lautsprecher in schwarz und weiß und hier noch ein paar weitere Details und ein wenig Zubehör zu den Lautsprecher. Beide Modelle heißen Ennevi, also bitte beachten, dass der Lautsprecher es wirklich ist. Da hat die IKEA wohl versagt. Nur in der Beschreibung ist es aussichtlicher, dass das eine Modell mit dem Zusatz der Nummer 20 und der anderen der Nummer 30 unterscheiden ist. Leistung ist unterscheiden sich beide nicht viel unbedingt. Außer, dass beim Akkubetrieb Modell ein Tiefdiener fehlt und dieser 0.8 zu kleiner ist und dadurch keinen kleineren Regenzbereich bieten kann. Aber ein bisschen davon. Man deshalb die Nähnleistungsaufnahme nicht vergleichen kann. Der Akkubetrieb in der Lautsprecher braucht eben mehr Strom für den Akku, um den Akku aufladen zu können. Cool wäre Bluetooth 5.0, da es kurz ein neues Modell ist und wäre wohl angebracht. Aber nein, aber das haben eh noch kaum Bluetooth-Lautsprecher. Ja nun hört mal rein, ich bin zumindest von dem Netzbetrieb im Großmodell nicht enttäuscht. Besser als gibt es immer, klar. Also ich finde es okay. Es passt für den Preis, es passt was davon rauskommt. Hier kurz im Vergleich zu einer 450€ G-Web-Boom-Box, die hat gleich zwei große Tiefdöner und sogar stärkere Leistungsangaben anstatt 15,30€ pro Stück. Ich kann auch sagen, dass die Boom-Box sogar lauter sein kann, aber für den Vierfallpreis erwartet man auch das. Natürlich passmäßig ist es jetzt auch kein Passwunder, aber immerhin mehr vom Ganzen. . Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017